Die Einführung der GIFs-Plattform hat sich bei der Firma Bühler voll ausbezahlt. Dadurch können wir bei Altsystemen die Historie-Daten selektiv übernehmen und haben nur noch Betriebskosten auf der GIFs-Plattform. Die Kosten konnten wir dadurch um 80% senken. Die neueste Innovation ist aber, dass man die Historiendaten in GIFs direkt anzeigen kann in S4HANA. Das ist wirklich gut.